Halli Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play The Go der Terraria Wir müssten wir müssen die das Intro kürzer machen wir müssten ein Wort aus Together und Terraria machen. Tutaria. Tutaria. Ich bin ja immer noch im freien Fall nach unten wir haben eben ich habe eben in der letzten Folge am Ende noch einen Voodoo Puppen Dämonen Vieh Geschmolzen einfach. Wie hast du das jetzt geschafft. Ich hab grad mal einen Greifwagen ausgefahren und gerade dann als... Einfach geschmolzen ey. Wie machst du sowas? Egal. Oh Gott. Fuck. Was war denn das jetzt? Was denn? Ich hab grad irgendwie aus Terraria rausgetappt, hab dann Shift und Linksklick gedrückt, während ich nach unten gedrückt hab und dann ist Windows einfach meinen ganzen Desktop durchgegangen. Ah ja, das kenn ich ja, das kenn ich ja. Aber deine Aufnahmen hast du nicht unterbrochen, ne? Nicht, dass du das auch so sehen hast. Oh Gott, da kommt ein Vieh, das meine Namen nicht trägt. Komm! Und keine Zeiten überlebt und der nicht über uns überwacht. Hier kommen diese zwei flingenden Vieh, aber ich kann die gerade fertig machen. Ich bin grad am coolen Punkt und kann die einfach abschießen. Jawoll! Schön, schön! Schön. Okay. Treff mich hier gerade echt nicht. Au. Okay. Okay, ich nehm's zurück. Nehm's zurück. Nehm's zurück. Oh mein Gott. Ist das ekelhaft. Haft! 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 Was sind das für fliegende Feuerteile? Oh! Wie heißen die? Höhlenfedermaus. Haft! Haft! Wann sind das viele? Ja, ich glaub Höllenfedermaus. Na, heiß. Fick Sinn. Okay. Oh. Weil ich schick dir was nach oben. Ja, schick mir was nach unten schießen. Bombe nach unten. Na oben. Hey, was ist das denn? Was ist von dir? Hä? Bist du hier unten? Das Blaue? Ne. Ja, ich bin unten. Ich bin gerade an dir vorbeigeflogen. Hä? Das hab ich gar nicht gesehen! Es sucht diesen Voodoo-Voodoo-Typen-Typ. Typen-Typ. Oh mein Gott. Oh mein, helf mir mal! Helf mir! Ich bin schon unten. Was? Bin tot. Toll gemacht! Ja. Brauche ich mal eine bessere Rüstung. Obwohl es eigentlich geht. Ich bin gar nicht so schlecht ausgerüstet. Ja, wenn ich also drei Dämonen penetrieren. Welchen Dämonen? Ja, diesen Voodoo scheiße. Ne. Ich bin, nachdem ich gestorben bin, ist er aufgetaucht. Weil es nämlich auch normale Dämonen gibt, ne? Das war ein Voodoo. Das war ein Voodoo. Der hat eine Puppe gehabt. Hat eine Puppe. Okay. Oh Gott. Das war mein schlimmster Feind. Okay. Ich werde die Folgen wieder überziehen, weil ich nicht auf die Länge achte, ey. Das ist richtig eklig. Nicht schlimm mit dir, ja. Ja, Mann ey. Ich gehöre ich manchmal geköpft. Oder vergast. Getötet. Kommt drauf an. Vielleicht auch beides. Ja. Dauert gar nicht lang. Ich gehe nach unten. Ich schieße mal ein bisschen. Ich schieße mal ein Strahl nach unten. Ein Strahl. So, Yellow, ähm, Scheiße. Golden Shower. Golden Shower. Schön. Will ich auch noch haben. Will ich haben? Nein, will ich haben. Warte, dann kann ich auch gleich mal gucken, auf welcher Tiefe die Hülle liegt. Nein. Ach ja, da ist er. 3.000. Oh Gott. Geh weg. Geh weg. Äh, ja. Wie mache ich denn das jetzt, ne? Dass die Puppe nicht gleich in die Lava fliegt. Äh, probier ihn halt irgendwo hin zu locken. Oder so. Oder so. Okay. Okay. Komm, ich logge ihn jetzt mal nach hier oben. Wir sollten uns hier unten auf jeden Fall eine Base bauen, wo wir sicher sind. Ich denke, das ist ja hier oben. Okay. Nein. Nein, komm her. So. Und? Hast du so? Äh, Fundenführer-Budo-Puppe, ja. Cool. Nein. Also theoretisch schmeckt mich die Waller-Flash jetzt schon besiegen. Hm, wollen wir das nicht lieber auf Folge 50 machen oder sowas? Nee, 50, Alter, wer kommt da noch? Nie, nie im Leben schaffen wir das. Ja, so zum Spaß. Nee, Spaß. Elf mir mal bitte. Okay. Gut. Du kannst es auch lassen. Hilf mir halt nicht. Also du hast jetzt eine Puppe. Ja. Dann halt schon mal Ausschau nach einer zweiten. Und das ist jetzt Folge 49, oder? Ich glaube schon, ja. Ich rechne nochmal sicher durch. Da ist eine Höllenschmiede, da müssen wir hin. Ähm. Die brauchen wir nämlich diese Höllenschmiede und ich probiere jetzt einfach mal die Lava abzulassen. So. Müsst jetzt reichen. Ja. Perfekt. Kann sein, dass das jetzt schon Folge 50 ist? Glaube ich nicht. Ich glaube irgendwie schon. Oder ich kann nicht rechnen. Rechne du nochmal. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich weiß, ich habe ja diese ganzen Cuts dazwischen. Das kann ich jetzt schlecht rechnen. Ja, wir sind bei einer Stunde und 20 Minuten. Also. Also. Ähm. Müsste das jetzt eigentlich Folge 50 sein, glaube ich. Oh Gott, bitte nicht. Ja, dann haben wir das schön verkackt, nämlich. Du zumindest. Ja. Oder wir machen das nochmal einen Cut irgendwie. Wäre mir egal. Ja, kannst du diesen einen Boss beschwören, weil wir wollten so einen Boss Folge 50 beschwören? Ja, das können wir machen. Den kannst du sofort beschwören. Ja. Ich glaube echt, wir sind in Folge 50, oder kann ich gar nicht rechnen. Und wir dann nach halt kurz einen Cut und gucken dann. Vier Folgen. Mach jetzt nochmal so einen Guide, wo du schaust. Fünf Folgen, das ist die sechste Folge. Das müsste echt dieser. Warte, ich komme mal kurz nach. Ja komm, weißt du was? Wir machen jetzt einen kurzen Cut. Bist du oben? Da machen wir jetzt einen kurzen Cut. Und äh. Mit dem kurzen Päuschen. Ist das gerade Folgen Ende oder Cut? Nee, nee, das ist jetzt ein ganz. Mitten in der Folge sind wir jetzt. Okay. Wir sind jetzt in Folge 50, Leute. Yeah, Jubiläumsfolge. Gut Leute, wir machen jetzt einen kurzen Cut und nach dem Cut machen wir da ein kleines Special, sagen wir mal. Bis gleich. Okay, da werden wir wieder zurück nach dem kurzen Cut. Wir befinden uns in Folge 50. Ja. Haha. Egal, das ist so zu rennen. Tino konnte das nie. Tino hat das nie gekonnt. Tino, jetzt ist er nicht mehr da. Okay. Aber wir haben den Tino Gnom und den Dino Tino als Ersatz. Den Tino Gnom und den Dino Tino. Tino. Ich. Komm. Wir sind fast genauso gut wie er. Wenn nicht besser. Besser. Viel besser. Komm. So, ich habe auch meine Stimme mal kurz geschont. Sollte jetzt noch ein bisschen gehen. Ich war echt schon ein bisschen am abkriegen. Okay. Okay. Oh, okay. Gut. Dann lass mal hier. It's magic. Komm jetzt. Ja. Achok. Der wird nicht hier beschworen. Wo willst du denn holen? Ne. Ein bisschen ins Crimson rüber. Ach so. Sag das so gleich. Ich dachte wir können jetzt hier geschmeidig holen. Ich hoffe mal das ist so. Ach ne. Jetzt wird doch verarschen. Ja egal doch weiter. Komm weg. Fickt euch. Allesamt. Alter das ist ja echt Action. Action pur. Ich finde das selber schwert immer noch geil irgendwie. Und weniger Schaden trotzdem. Naja deshalb halt. Ja wow Raffi. Wow. Rationales Denken ist nicht deine Stärke ne. Doch doch ich kann irrational denken. Ja bin ich rational. Rational. Ja aber dafür rational. Rational. Rational mäßig. Ja. Rational Placement. Ja. Bekomme ich ganze 4 Euro für. Ach ja. Schön für dich. Oh Gott. Das ging jetzt ab. Ach. Da spielt der Tino wieder Dota 2. Weißt du du hast auch deine Stipe Nachrichten nicht ausgeschaltet. Ne brauche ich nicht. Schreibe ihn an und sag ihm wir vermissen dich. Oder wir nehmen gar ne Terraria ohne dich auf. Ey Tino weißt du was wir gerade machen? Nehmt den Terraria. Nehmt den Terraria. Jaaa. Musst du ihm später echt schreiben. Das wäre schon echt lustig muss ich sagen. Wissen hier ist meine Mini Höhle. Geht ihr Zielerfüll. Ja. Ein Gesichtsmonster. Alter diese diese Amnesia Viecher die gehen mir echt immer aufm. Oh mein Gott. Nein. Alter das hast du nur wie für ein Blasrohr ey. Das ist mein Mini. Mein Mini Hai. Halb Waffe halb Hai. Okay. Fantastisch jetzt komm mit. Okay. Hier rein. Ernst. Das ist richtig schön das jetzt der Blutmund kommt ne. Ja das so viele Viecher auftauchen und die Spawnrate um 100 und 200% erhöht ist oder so. Die sind auch nicht stärker oder so. Ne ne. Das ist richtig schön. Jetzt komm mit. Wer hat das ein Dämon alter. Alter. Stimmt. Wenn wir schon hier sind warte das habe ich extra noch mitgenommen. Pass mal auf dass mich niemand wegfickt. Okay. Ich fick dich weg. Okay. Okay. Und zwar habe ich extra noch Gold. Ah Tür war ich lecker da im Ohr. Was. Okay. Habe ich extra noch Gold. Ah. Kann ich sie hier hinsetzen. Darf ich hier. Warum kann ich die nicht abbauen. Das ging doch immer. Hä. Kann ich auch nicht abbauen. Was. Warte. Warte. Muss ich das auch irgendwas drauf. Bauen wir es oben drauf. Bauen wir es oben drauf. Bauen wir es oben drauf. Oh fuck. Ich hoffe die Altare gehen natürlich nicht kaputt. Ne ok. Was heißt du rufst. Ah du Stück ey hier. Ich stück kurz. So jetzt geht doch. Ähm. Wow. Gut. Ich gehöre mich auch um das wieder unten. Ich bleibe in der Nähe. Ist ja auch irgendwann vorbei oder. Ach das muss man am Amboss machen. Ja egal dann machen wir das zu Hause. Ja man. Ich dachte wir wollen jetzt diese Folge den Boss beschwören. Den machen wir auch. Ja wie. Wo holen denn jetzt den. Nach hause Porten. Das war ein anderer Boss den wir machen könnten. Jetzt das Item dafür. Das war. Das wäre dieser Schleimboss gewesen. Achso. Dann holen wir jetzt einen anderen Boss. Dann halt nicht. Das soll ich mich nach hause Porten oder was. Ne. Brauchen wir es nicht. Wenn man jetzt irgendwas anderes. Also können wir ihn jetzt beschwören. Oh ja. Und zwar äh. Sag ich jetzt auch was wir überhaupt machen. Wir machen jetzt das Gehirn das. Achso. Ja und den können wir auch holen jetzt. Ja. Na gut. Dann lass ballen bevor wir diesen Herzen zerstören. Okay. Wo du dich letztes Mal den Meteor geholt hat. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja wie die Alkaider hier. Okay. Warte ich muss noch ein paar. Schön gesagt. Haftbomben machen. Ja. So. Oh Gott. Oh. Oh. Toll. Danke. Danke. Toll. So. Oh mein Gott. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich bleib jetzt hier oben. Warte kann sein dass die Folge jetzt ein bisschen überlänger hat. Aber die ist auch Folge 50. Das ist ok. Bis drauf. Bis drauf so. Okay komm. Machs Herz kaputt. Warte. im Netz nach oh Gott, Brain of Controller ist Erwogen! Ach da, ach Gott, das steht in mir! Ich geh schon mal weg! Alter! Oh mein Gott! Bist du tot? Nein, du bist tot! Der stand einfach in mir! Warum? Ich wär mich nicht mal... Au! Ja, halt ihn in den Schach bis ich komm, sonst ist der noch! Das wird nicht... Oh mein Gott! Das wär... Nein! Nein! Ich bin tot! Wow! Man merkt, wir sind die Besten! Spawned er jetzt? Können wir den noch mal holen, indem wir drei Herzen zerstören? Uh, ich hab die Crimsonrod bekommen! Lauf schon mal hin! Komm bei dich! Wenn er strategisch ansteigen geht das! Bist du schon auf dem Weg? Lauf Gott hin! Gut, dann komm ich auch gleich! Komm schon, Respawner! Mann, der ist ja an! Nein! Aus dem ist grad wieder eine Zorkespawn! Ja, die Viecher tauchen jetzt hier auf! Die Zombies! Wegen Blutnacht! Blutmond! Ach, leck mich! Ach, egal! Ich komm zu dir! Wir haben uns wieder die beste Zeit ausgesucht! Voll das Special! Voll die Special-Folge! Das klappt wieder alles perfekt! Das klappt so perfekt, ey! Ich komm jetzt, ne! In dir schon wieder! In mir! Ja, leck mich, ihr Viecher! Ey, was ist denn das? Voll Folge 50 Special! Ja gut, wir haben das Vieh beschworen! Ich wollte mich ja equipen, aber nee! Wir haben es ja beschworen! Ja! In dem Sinne ist das ja schon mal... Ja, wir werden sie gleich wieder weg bestimmt! Ja, bist du schon da? Ne! Achso, dann sag mir, wenn du da bist, ne! Also du weißt, ich bin noch im Schneebie holen jetzt! Naja, ich bin noch auf dem Weg! Es wird einfach die ganze Welt echt so verkabelt mit Teleportern und anderes! Aber es ist echt super, dass wir, äh, keinen Fallschirm mehr kriegen! Und gestorben sind! Das ist sehr, 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 sehr gut! Sehr geil! Super geil! Oh, naja, nenn ich nicht an den Typen! Ich mag den! Da hatte ich nachts im Park immer angesprochen, ne? Ja! Weil ich auch nachts im Park stehe! Und bei uns auch im Park gibt! Ja! Boah, diese Blutmondenacht, was denn das? Ich lach das Scheiße! Genau, port dich einfach her! Hier ist noch ne... Aber ich hab ja schon ein paar Sternschnuppen gefunden! Da ist noch einer! Bist du jetzt da? Ich hoffe mal, das ist noch da! Ja, ich bin jetzt hier unten! Das ist einfach weg, ey! Hallo! Toll gemacht! Gehirn? Hallo! Gehirn! Ja, geil, ist weg! Ja, wir können auch nochmal drei Herzen zerstören, oder? Ja! Ja! Geschafft! Wenn die hier noch drei Stück sind! Ich bin bald da! Ja, ich hab schon ein paar gesehen! Als ich gestorben bin! In meinen letzten Augenblicken des Todes! Ja, ich bin fast tot! Heitrank mal genommen! Hier sind zwei, ja! Drei sind auf jeden Fall noch da! Gut, ich komm gleich! Ich komme sehr oft und sehr gerne! Genau, Auge verfolgt mich! Ja! Ja! Augeapfel! Geh weg! Such dir einen anderen Typen, den du einschlüpfen kannst! Stell mir gerade so vor, dass die Augen eigentlich in dich einschlüpfen wollen! Ja, ja! Die wollen dir die Augen ausstechen und dein Auge werden! Oh mein Gott, was hast du getan! Das war das Erste? Achso, dann warte noch, ne? Und bevor du das dritte machst! Nein! Alter, da sind hier viele! Nein! Ich sterbe jetzt nicht! Leck mich! Leck mich! Jetzt sterbe ich nicht! Not yet! Not today! Da wäre zwar eine Sternenstuppe, die ich gerne hätte, aber leck mich! Leck mich fett! Bin gleich da! So! Aber warte noch, bevor du das dritte holst, weil ich noch Ragon muss! Zweite? Meteor landed! Ich muss noch Ragon! 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 Bist du da? Ronald Ragon! Was? Ey! Heu! Warte noch! Ich muss noch Ragon! Ronald Ragon! Ach du bist du? Hast du ja irgendwo Lagerfeuer mal hinstellen oder haben wir ganz? Oh Moment! Oh mein Gott! Kannst du dich mal töten gerade? Alter! Rennt ihr einfach weg anstatt sich zu heilen! Ne! Ich konnte mich nicht heilen! Ich muss noch warten! Da habe ich doch so ein Delay! Ne! Also so eine Zeit halt! So Delay LP! Macht doch keine Werbung! Ich bitte dich! Ich bitte dich! Was bekomme ich denn hier alles für ein Müll? Nicht so Geld für... Alter! Ich verzeuge ich jetzt hier allein durch die Scheiße bekomme! Warte mal! Ja! Fick mich! Einfach so ein Undertaker! Dann habe ich Crimson Rod! Panic Neckle! Dann bekomme ich... Kann ich mich schneller bewegen nachdem ich gehittet wurde! Wir beschwören das Vieh einfach noch einmal und äh... Ja! Sonst... Die Folge wäre jetzt eigentlich schon vorbei! Aber... Ja ja genau! Wir können ja ein Item dazu noch bauen! Gut! Ähm! 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 Okay du kannst das Vieh! Ach! Leck mich! Moment! Jetzt kannst du es beschwören! Ich muss erstmal durchkommen! Ich muss erstmal durchbrechen! Ich muss erstmal durchbrechen! Brich durch! Oh! Muss mich mal eine Granate werfen! Spawn das! Schön! Komm jetzt! Jetzt bin ich auch voll geragged! Ich schätze das ist einfach wieder in mir spawnen! Ja ich weiß deshalb! Ich geh schon mal abstand! Geh weg! Nein! Ich... Ich seh nichts! Nein! Der ist es bei mir! Hö! Alter! Ich ran weg! Das ist ja jetzt schon... Das ist ja jetzt schon... Das ist ja jetzt schon zu übel! Huch! Hey! Wo ist es hin? So oben! Es ist einfach! Ja es ist... Es ist ein Gehirn! Das ist kein er oder sie! Oder er hat ein Gehirn! Ich tauf das jetzt ein Manuel! Jetzt komm hoch! Nein! Matthias! Mal was ist mit meinem Haken los! Matthias! 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 Ich glaub erstmal diese komischen Kackteile kaputt machen ne! Natürlich! Ach der droppt auch Krim 10 Ohr! Alter ich seh meine Maus nicht ey! Hier ist alles rot! Ich komm grad nicht drauf klar ey! Was denn los! Hm! Warte! Jetzt! Oh mein Gott! Da ist ein Herz drin! In dem Gehirn ist ein Herz! Ja! Leck mich! Aber ich hab noch echt gut Leben muss ich sagen! Komischerweise! Wie viel Leben hat das noch? Ja ist gleich tot! Mach weiter! Mach weiter! Jetzt hatte ich mehr viel! Warte! Warte! Ja! Yes! Guck mal so schwer war das gar nicht! Yes! Alter! Nice! Diese Folge noch geschafft! Sehr schön! Leute ich würde sagen hierbei auch die Folge dass es nicht zu lange wird! War echt cool! Nächste Folge! Gucken wir dann mal weiter! Vielen Dank fürs Zusehen! Und dann noch ein herzliches... Warte kurz! Oh Gott! Tschüssi! Tschüssi! Tschüssi!